Ich glaube, dass interkulturelle Kompetenzen die Fähigkeit ist, sich mit Problemen und Herausforderungen aus anderen Perspektiven und Blickwinkeln sich auseinandersetzen zu können. Das heißt, dass ich jetzt, wenn ich gelernt habe, wie ich an ein Problem herangehe, auch in der Lage bin, eine andere Sichtweise einzunehmen und andere Denkweisen, Handlungsweisen und Kulturen dadurch verstehen kann.